Als du den Perimeter durchbrichst, musst du einen heftigen dynamischen Angriff ausführen, um die Geisel aus einem verbarrikadierten Haus zu befreien. Setze Sprengladungen ein, um schnell in das Gebäude einzudringen. Die Unversehrtheit der Geisel hat oberste Priorität. Sprengladungen gewähren dir einen kurzen taktischen Vorteil, um Feinde zu neutralisieren und die Geisel zu übernehmen. Gib der Geisel auf dem Weg zum Evakuierungspunkt Deckung und eliminiere jegliche Feinde. Viel Glück. Geisel lokalisiert. Zu ihrer Position gegeben und die Geisel sichern. Geisel sind alle UN-propagieren. Geisel zu hacker. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Feinde nähern sich. Die Geisel muss gesichert werden. Bleiben Sie dicht bei mir. Mir nach. Mir nach. Jetzt. Feinde, Feinde! Blenkernach! Los! Mir nach. Evakuierung erfolgreich. Gute Arbeit. Hier geht es um eine Bombendrohung gegen ein hochrangiges Ziel. Du musst einen Eingang wählen, bei dem du möglichst wenig Feindfeuer ausgesetzt bist und der die Zeit für das Erreichen und Entschärfen der Bombe minimiert. Das Seil ist der schnellste Weg, um das Gebäude zu durchqueren, denn so kannst du Korridore und Trippen umgehen. Sobald du das Ziel erreichst, musst du eine Bombe entschärfen, die mit einer unbekannten Chemikalie gefüllt ist. Wir haben dich mit einem Entschärfer ausgerüstet. Platziere ihn bei der Bombe, um das Signal zu stören. Schütze den Entschärfer, während er den Vorgang abschließt. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Justine Geräte. Sobald du den должна haben, ist daswise gut 들erto. Subengerät wird erfuhr aus. Das war's für heute. Beide in Reisweite! Beide in Reisweite! Beide in Reisweite! Beide in Reisweite! Entschärfe auf Position! Gegenfeindliche Aktionen verteidigen! Beide in Reisweite! Beide in Reisweite! Beide in Reisweite! 30 Sekunden bis die Bombe entschärft ist! Beide in Reisweite! Es bleiben noch 15 Sekunden! Beideitute in Reisweite! Vor bis die Bombe in Reisweite! Beide bene! Flugzeuge sind schon lange Ziele für Terrorangriffe. Die Mobilität und der öffentliche Charakter eines Angriffs gegen zufällige Opfer reizen Organisationen, die sich einen Namen machen möchten. Bei einem Erfolg kann so ein Angriff ihre Sache bekannt machen und die Mitgliederrekrutierung steigern. Bei Angriffen auf Verkehrsmittel gibt es sehr wenig Deckung und kaum Fluchtwege. Der FBI-Sword-Operator Ash wird in dieser Situation eingesetzt. Mit ihren Durchbruchsgeschossen kannst du aggressiv Schusslinien unter Kontrolle bringen. Die Terroristen eliminieren. Die Terroristen wurden veröffentlicht und veröffentlicht. Der FBI-Sword stammt in einer Abkenedauer. Die Terroristen werden veröffentlicht. Die Terroristen werden mit ihren Unterkollern związiert. Die Terroristen kleine Abkommens befinden. Die Terroristen werden sich durch und verändert. Die Terroristen werden mehr als Kinder veröffentlicht. Und die Terroristen werden können. Das war's. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Geisel entdeckt. Zu ihrer Position begeben und die Geisel sichern. Das war's für heute. 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 Ich habe die Geisel gesichert. Geisel muss evakuiert werden. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Geisel-Schutz ist eine essentielle Fähigkeit. Du musst Deckung suchen und die Position gegen angreifende Feinde sichern, um die Geisel zu beschützen. Zwinge Feinde zu einem Bodenangriff, indem du Sichtlinien blockierst und sie daran hinderst, die Geisel aus der Ferne anzuvisieren. Erhalte einen taktischen Vorteil. Erzeuge Engpässe und schalte Feinde auf dem Weg zu deiner Position aus. Du setzt ein SAS-Mitglied ein. Smoke ist mit einer ferngezündeten Gasgranate ausgerüstet. Smokes ferngezündete Gasgranaten sind eine effektive Abschreckung, um Feinde fernzuhalten. Der Feind formiert sich neu. Bereich sichern. Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Dein Schein ist ja übrig. Das Fall ist natürlich übrig. Alles verschossen, leider nach. Los, Bewegung. Ich schäle sie. Waffenheuer. Alter, vorwärts. Die Feindkämpfer sind eliminiert. Bereich verstärken, der Feind formiert sich neu. Feindlicher Angriff, die Geisel absichern. Unter의lyingitung. Die Feind- Deswegen. Gebel. Benefit um. Gebel. die feindkämpfer wurden neutralisiert der feind formiert sich neu die geise sichern feindlicher angriff kannst bereit machen nicht nur ganz zu leise Beide sind im Keller. Konzentriert bleiben! Ich bin hinter dir! Entdeckung! Wir werden geschossen! Das ist ein Fehler! Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Bereich verstärken. Der Feind formiert sich neu. Anfänger! Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Drei Feinde sind übrig. Achtung, die GF-Ansicht kontakt zur Seite. Die Feindkämpfer sind eliminiert. Der Feind formiert sich neu. Bereich sichern. Feindlicher Angriff, die Geisel absichern. 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 Okay. Die Bedrohung wurde eliminiert. Eigener Trupp Siegreich, alle Gegner eliminiert. Du hast die Einsatzfreigabe, ein hochrangiges Ziel auf amerikanischem Boden zu eliminieren. Diese Gruppe ist gut ausgebildet, gut finanziert und hat Zugang zu Militärwaffen. Sie sind fanatisch und scheren sich nicht um ihre körperliche Unversehrtheit. Sie haben das Gebiet schwer befestigt mit Fallen und Sprengstoff, um jede Spur zu ihrer Organisation zu zerstören. In dieser Situation wird IQ eingesetzt. Sie spürt elektronische Signale mit dem Elektronikscanner MK3 Phantom auf. Alle Feinde eliminieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achtung, ich lande nach! Ich sehe sie! Sie sind hier! Er hat geschossen! Ich sehe sie! Was ist das? 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 Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Die Güter haben die Geile. Die Güter sind übrig. Die Bedrohung wurde eliminiert. Bereich verstärken, der Feind formiert sich neu. Feindlicher Angriff. Die Geisel absichern. Die Geisel absichern. Die Geisel absichern. Ach, die Geisel absichern. Geisel verletzt. Die Geisel absichern. Die Geisel absichern. Die Feindkämpfer wurden neutralisiert. Der Feind formiert sich neu. Die Geisel absichern. 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 Nicht bewegen. Ich mach das. Geisel durch Operator wiederbelebt. Die Feindkämpfer sind eliminiert. Eigener Trupp siegreich. Alle Gegner eliminiert. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.